Hey Ciao, das ist Salomon Abiasi von Perspective Pictures und jetzt haben wir ganz gute Neuigkeiten. Wir haben ein ganz neues Projekt All At Once. Das ist ein neuer Action-Thriller-Film. Der wird vor 40 Minuten gehen und der wird ganz geil. Jetzt werden wir bald beginnen. Dreharbeiten und Budget. Wir haben schon Geld bekommen und ein paar Sponsoren. Und bis jetzt läuft es sehr gut. Heute sind wir am Hafen gegangen. Wissen Sie was? Wir haben ein ganz krasses Boot. Wir haben ein Speed-Boat. Sie sehen selber, es ist sehr schnell. Man kann jetzt wirklich ganz geile Sachen damit aufnehmen. Und das werden wir im neuen Film At Once vorliegen setzen. Und wir haben uns entschieden in diesem Film, aus verschiedenen Blickwinkeln zu filmen. Das haben wir heute sogar ausprobiert. Das sehen Sie ja auf dem Bild, wo die Kamera war. Und ja... Und eben... Das Boot fährt sehr schnell. Und wir werden ganz tolle Bilder zeigen. Das wird echt behauptet. Das wird echt behauptet. Ja... Das wird echt behauptet. Ja... 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 Vielen Dank.